braucht das ding energie ja einiges jede maschine hier sie braucht energie also streng dich an kraft hat hier drei dann brauche ich ja wohl die heavy aluminium war ja da das sind andere das ist von af tools das ist ja nicht von galactic kraft ach so ja also kann brauche ich hier gar kein kabel hinlegen doch wir brauchen schon irgendwie strom wie das mit einer windturbine aber normalen strom ich aber noch weiter ja ja da war aber keine dann brauche ich nur normales aluminium war ja ja das könnte ausreichend ich weiß nicht ob das damit verknüpft und so aber wäre ja schön wenn ich kann ja auch das aluminium war ja da gleich mal hinklatschen warte mal wir brauchen ja auch noch ein block von redstone das heißt redstone fehlt ja auf jeden fall auch dann und copper ja dann ist es ja ganz gut dass wir oben noch ein automatisches sieb haben was läuft wo muss denn hier der strom ran bei dem ding unten das ist scheißegal bei dem es muss nur irgendwo strom rankommen und hier würde das kabel connected sich auf jeden fall ja und ich wollte hier eigentlich zum beispiel dass man bei den beiden hier zum beispiel an der seite und ansonsten bei dem anderen hier unten also zu stein connected sich das kabel nicht also ist es höchstwahrscheinlich dass man kabel hin ist mir wieder gibt es mir wieder ja hier gibt es dir danke entschuldigung was wolltest du sagen ja wie das kabel verlegt werden und zwar immer an den freien flächen hier also hier an der seite und bei dem wo das hier an der seite belegt ist nach unten und er verschwindet sowieso nach und mehr und ansonsten bei den anderen sollte es auch möglichst von unten verbunden sein ja also da geht er unten auch noch mit ran an das obwohl ich glaube das macht aber nichts hier noch mal news wie war das noch mal nach da unten in der ecke gravel genau das sieht aus als sieht schon mal aus also es sieht aus ja sieht aus bei das andere fehlt noch aber ich habe jetzt noch zwei kabel in der tasche gut hier hinten spar ich ja auch noch ein bisschen wieder was wenn wir das da umstellen obwohl eigentlich nicht wirklich nicht wirklich viel das was hier runter geht an kabel aber feuer jetzt gebrannt hier neben dem decomposer hat es gebrannt ach so ja weil der laber ist wir haben eine sauerstoff arme umgebung das brennt einfach mal ja nie ist ja hier ja 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 guck dir doch mal let's play an nein ganz bestimmt nicht ich schließe mal eine weitere quest ab wie wir es damit das ist gut habe ich nicht sogar noch irgendwo eine quest die du vorhin abgeschlossen hast ja bei der sind bei mathe ach ja stimmt habe ich ja auch ja rocket fuel coal nehme ich mir dann auch das weiß ich nicht ist mir ehrlich gesagt egal wir haben also gold kann man relativ einfach herstellen momentan können wir auch herstellen weil man einfach nur dafür holz in den crucible packen muss das interessante ist die betrokium drum also ist egal doch ich nehme den ölkanister ja nehme ich auch obwohl obwohl ja doch eigentlich ist ölkanister gar nicht schlecht oder obwohl gold ich brauche gold ich nehme gold ich habe den ölkanister genommen ja dann haben wir zwei verschiedene sachen ist auch nicht schlecht ich packe mal die drum erst mal die ecke ja ich auch reward back rocket fuel tank habe ich gekriegt auch nicht schlecht ich mal auch da in die ecke oben läuft ja das so dass das hier gleich hingestellt ich habe das da eine kiste gepackt ja mal gucken ob wir oben jetzt noch ein bisschen redstone haben nee haut er überhaupt redstone raus das kann nein das heißt aus wenn hinter den ich habe mich doch eine füße übernimmt er denn das mutterf macht er das ne aus mundtorf müsste er allerdings rausbekommen ja und ansonsten indem man glaube ich dass warum nimmt er denn jetzt kein er war da unten grüppel drin ist ach so ich muss da und das mutter freien machen und dann zieht er sich da ok dabei solltest du aber vielleicht erst mal das sieb irgendwie leer machen damit er noch platz ist bin dabei dass sie gleich zu machen ich wollte jetzt einmal einen baum pflanzen das heißt ja man soll ein baum pflanzen frau schwänger ein haus bauen naja ich denke das zählt ihr als haus ja wenn man das haus aus holz baut kann man sich das den baum sparen wo hast du denn hier dreck ich brauche deinen dreck ich habe hier das ist ein durcheinander hier das ist schlimm ist das ja das muss auch gleich alles einmal abgerissen werden ja das hoffe ich doch mal wo soll ich mal ein paar kisten bauen fässer gleich fässer ja und wo lagern wir das zwischen das zeug hier andere seite vom raum ist der holz und flanken oben drauf genau also an sich es fehlt nur noch der ofen und die fässer wand und der strom dann ist eigentlich alles in ordnung sonst muss eine verbindung von hier zu dem oberen fass hier gezogen werden und ja das war es dann im großen und ganzen auch schon ja ja so läuft das ach brauchst du kupfer ja kupfer brauchte ich glaube ich auch ja hier ist noch mal was deck also in jetzt ich schmeißen dir mal zu jetzt gerade durch dich durchgeflogen ja ich war nie so gut empfangen ja merkt man ich habe fünf barrels ich habe ja aber ich brauche noch ich brauche noch uns der redstone und dann kann ich denn energie ist deutsch bauen okay ja inzwischen sind die oben sechs redstone also es läuft borte neun film block nicht hier ne redstone ja ja gut dann haben wir das ja gleich wie sieben das ist die sander oben aufgegangen noch die erde ist aufgegangen das war's ja gut also das noch zeit und noch haben wir ja auch den stern als energiequelle ja ich habe so die vermutung man muss wirklichen das tweet web an den richtigen baum dran klatschen und kann nicht einfach sagen hier nimm den baumstamm was ja dann doch irgendwie schade ist obwohl die ja auch alle mal gewachsen sind ja da muss man ja noch irgendwas anderes mit dem tweet gedönster machen dass man noch einmal irgendwie dran schlägt oder was weiß ich aber ansonsten steht dazu nichts also würde ich sagen es reicht ja wenn das redstone jetzt gleich da ist dann bei euch den energiestorage das sieht schon mal gut aus da waren zehn drin dann haben wir dann nämlich schon mal eine mille mehr das doch cool